Die Mars bei Lüttich. Hier wird am 7. April 1998 beim Säubern des Wasserwerks eine Frauenleiche aus dem Fluss gezogen. Die Autopsie zeigt, sie wurde geschlagen und gewürgt. Es ist die Zeugin Anna Kondjevoda. Mindestens 27 Zeugen im Fall Dutroux starben, davon mehrere auf suspekte Weise. Wurde auch Anna Kondjevoda umgebracht? Weil sie zu viel wusste? Der Häftling Christian Kunrads soll im Brüsseler Gefängnis über seine Beziehung zu Dutroux und dessen Komplizen verhört werden. Am Tag davor gelingt ihm während eines Gerichtstermins die Flucht. Einen Monat später wird er in einem Brüsseler Vorstadtviertel ermordet aufgefunden. Die Zahnärztin Brigitte Genard war befreundet mit Dutroux Mitangeklagtem, dem Brüsseler Geschäftsmann Michelle Niul. Sie gilt als wichtige Zeugin. Ein Jahr nach dem Beginn der Affäre ist sie tot. Selbstmord, heißt es. Hubert Massa ist Oberstaatsanwalt und auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er arbeitet erst seit kurzem am Fall Dutroux. Da findet man ihn erschossen in seinem Büro. Mysteriös die Umstände. Er hat keinen Brief für seine Frau und seine Kinder hinterlassen. Trotzdem entscheidet die Staatsanwaltschaft Selbstmord. Bernard Routemont ist Filmemacher und handelt mit Pornokassetten. Er wird der Entführung eines Mädchens verdächtigt. Es soll eine Verbindung zum Fall Dutroux geben. Außerdem findet man bei einer Hausdurchsuchung Kindersachen und Spielzeug. Nachdem er schon mehrfach ergebnislos verhört wurde, meldet er sich eines Tages telefonisch bei der Polizei. Er möchte auspacken. Auf dem Weg zu diesem Termin rast er mit seinem Auto gegen eine Hauswand. Tod. Rückblick. Der Kinderschänder Marc Dutroux. Als er im August 1996 vom Haftgericht ins Gefängnis geführt wird, schreien Schaulustige ihren Hass heraus. Auch sein Helfer Michel de Lievre wird verhaftet und seine Frau Michelle Martin. Gelassen lässt sich der als Chef der Bande Verdächtige der Brüsseler Geschäftsmann Michel Niul dem Haftrichter vorführen. Erst nach zweitägigen Verhören war Dutroux bereit, die Ermittler zu einem Kellerverlies zu führen. Hinter einem Regal verbirgt sich der zwei Quadratmeter große Raum, in den er seine Opfer eingesperrt hatte. Bilder aus den Gerichtsakten. Die Mädchen Laetitia, 14 Jahre alt und seit acht Tagen verschwunden und Sabine, zwölf Jahre alt, werden lebend wiedergefunden. Sabine hat 80 Tage im Keller verbracht. Man befürchtet, dass auch andere verschwundene Mädchen Opfer des Kinderschinders wurden. In den folgenden Tagen werden alle Häuser von Marc Dutroux durchsucht. Schon werden erste Vermutungen laut, dass er kein perverser Einzeltäter sein solle, sondern einem Kinderhändlerring angehöre. Schließlich findet man die Leichen von zwei vermissten Kindern, Julie und Melissa, acht und neun Jahre alt. 14 Monate hat man nach ihnen gesucht. Auch sie waren in dem Verlies eingesperrt und sind am Ende grausam verhungert. Belgien trauert mit den Familien. Wie konnte es passieren, dass die Mädchen nicht rechtzeitig befreit wurden? Trauer und Fassungslosigkeit stehen den Eltern ins Gesicht geschrieben. Das Haus eines ermordeten Dutroux-Komplizen wird ebenfalls auf den Kopf gestellt. Dann die Nachricht, die Leichen von zwei weiteren vermissten Mädchen sind gefunden. Evje und Anne. Wir brauchen nicht mehr zu suchen, sagt Ans, verzweifelter Vater. Das schwere Schicksal führt die Eltern der Opfer zusammen. Sie fordern die schonungslose Aufklärung der Verbrechen. Der Volkszaun kehrt sich gegen Ermittlungspannen und Vertuschungsmanöver der belgischen Justiz. Über 300.000 Menschen ziehen beim Weissen Marsch durch Brüssel. Siebeneinhalb Jahre später, Anfang diesen Jahres im südbelgischen Städtchen Arlon. In einem gepanzerten Fahrzeug werden Dutroux und seine Mitangeklagten zum Prozessbeginn ins Gerichtsgebäude gefahren. Die versammelte Presse belagert den Justizpalast, in dem das geschworenen Gericht eine Antwort finden soll, auf die Fragen, die jeden beschäftigen. War Dutroux ein perverser Einzeltäter oder entführte er die Mädchen für einen Kinderschänderin? Wurde er von wichtigen und einflussreichen Personen gedeckt? Und welche Rolle spielte Michel Nijul? Wenn er allein war, hätten die Ermittlungen doch schneller zum Ergebnis führen müssen. Aber auf die wesentlichsten Fragen hat man noch immer keine Antwort. Unverständlich für mich, wenn nicht noch mehr dahinter steckt. Wir treffen uns mit jemandem aus der Unterwelt von Charles Roy. Er lernte Dutroux im Gefängnis kennen. Es ist nie die Rede davon gewesen, Lösegeld von den Eltern der Mädchen zu verlangen. Die Mädchen waren Handelsware, ganz klar. Da muss man nicht lange grübeln. Es gibt einen ganz klaren Grund dafür. Die Mädchen sind verschwunden. Die Eltern haben gleich gesagt, wenn es ein Vergewaltiger gewesen wäre, hätte man sie wiedergefunden. Der Lebensstil von Dutroux, das Geld und die Häuser, die er besaß. Er hat sich das alles nicht verdient, indem er selber die Mädchen vergewaltigte. Das bringt kein Geld. Bei ihm muss man sich diese eine Frage stellen. Woher hatte er das Geld? Von diesen fünf Häusern weiß man, dass sie dem Sozialhilfeempfänger Marc Dutroux gehören. Außerdem hatte er noch einige Garagen und Lagerräume gemietet. Ermittlungen haben ergeben, dass er regelmäßig Aktien kaufte und über mehrere Bankkonten verfügte. Nach der Entführung von Ann und Evje, wie auch nach der Entführung von Sabin, waren darauf große Geldsummen in bar eingezahlt worden. Woher das Geld kam, weiß man bis heute nicht. In einem von Dutroux Häusern fanden die Ermittler nicht nur größere Mengen Baumaterial, man entdeckte einen unterirdischen Gang, der zu mehreren halbfertigen Kellerverließen führte. Trotzdem hielt der Untersuchungsrichter an seiner These fest, Dutroux habe die Mädchen nur für den eigenen Bedarf entführt. Untersuchungen in Richtung eines Netzwerkes wurden von ihm gar nicht erst begonnen. Und ganz zufällig sterben Leute auf unerklärliche Weise. Sie haben zum Beispiel einen Autounfall, als sie als Zeuge aussagen wollten. Oder man findet sie verbrannt zu Hause. Anscheinend beunruhigt das unsere Justiz nicht. Zum Beispiel. Auf diesem Gelände fand man die Leichen von Ann und Evje. Hier wohnte der Dutroux-Komplize Bernard Weinstein. Dutroux soll seinem früheren Helfer zunächst das Betäubungsmittel Rohypnol gegeben und ihn dann lebendig begraben haben. Man vermutet, dass Weinstein aussteigen wollte. Wurde er deshalb ermordet? Wollte Dutroux verhindern, dass sein Helfer zum Gefährlichen zeugen würde? Weinstein nahm die Antwort mit in dieses fast anonyme Grab. Auf einem anderen Friedhof in Charleroi finden wir das Grab eines weiteren Zeugen. Hier liegt José Steppe. José Steppe war ein Mann aus einfachen Verhältnissen, aber Zeit seines Lebens in ganz Charleroi bekannt. In seinem Viertel galt er als wichtige Vertrauensperson für die Bewohner. Wenn in Charleroi etwas passierte, Steppe wusste es immer. Einige Wochen nach der Verhaftung von Dutroux meldet er sich telefonisch bei einem befreundeten Journalisten und bei der Gendarmerie. Er habe wichtige Informationen über Dutroux. Was er wusste, wird man nicht mehr erfahren. Zwei Tage vor seinem Termin bei der Polizei fällt er plötzlich um. Der Herr hier ist noch dorthin gerannt. Wir haben einen Krankenwagen gerufen, aber es war schon zu spät. Er konnte nicht mehr atmen. Er ist in unseren Armen gestorben. Neben ihm lag sein Beatmungsgerät. Er hatte öfters Atemprobleme, eine Form von Asthma. Das Gerät habe ich selbst gesehen, als ich hierher kam. Sein Sohn hat es mir gezeigt. Innen drin befand sich eine Packung Rohypnol. Rohypnol, von dem Kaspar Naber uns erzählt, ist ein Betäubungsmittel. Es wird niemals in einem Beatmungsgerät benutzt. Aber Dutroux bediente sich mit Vorliebe dieses Mittels, um seine Opfer zu betäuben. Für den zuständigen Staatsanwalt ist Stepps Tod unverdächtig. Eine Autopsie wird nie vorgenommen. Guy Goebbels war Gendarme in Gras-Hologne, dem Ort, an dem Julie und Melissa verschwanden. Er arbeitete von Anfang an an dem Fall. Seine Kollegen finden ihn eines Tages tot in seiner Wohnung. Mit der Dienstwaffe erschossen. Offiziell beging Guy Goebbels Selbstmord. Doch auch hier gibt es Zweifel. Familienangehörige sagen, er habe keine größeren Probleme gehabt. Nichts, was eine solche Tat rechtfertigen könnte. Das Dorf Cömier bei Charleroi. Polizisten suchen hier nach Spuren in Zusammenhang mit dem Tod von Bruno Tagliaferro, ein Schrotthändler und Bekannter von Dutroux. Seine Frau Fabienne behauptet, er wurde umgebracht. Seit seinem Tod kämpfe ich verzweifelt darum, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Bis zum Schluss. Was hat er ihnen vor seinem Tod gesagt? Dass alles vorbei sei, dass er zu viel wüsste und dass er bald sterben würde. Das Ergebnis einer nachträglichen Autopsie gibt Fabienne recht. Ihr Mann, Bruno Tagliaferro, wurde vergiftet. Er war im Weg. Bruno hat Mist gebaut, ich weiß nicht was. Man erpresste ihn mit seinen Kindern und hat ihn krumme Sachen erledigen lassen. Fabienne sagte mir, dass Bruno ein Auto zerlegt hatte, das bei einer Entführung von zwei kleinen Mädchen benutzt worden war. Nichts davon würde man mir wiederfinden. Viel später erst habe ich es geschnallt. Es ging um Julie und Melissa. Dutroux wollte Tagliaferro umbringen lassen. Aber weshalb, sagte er mir nicht. Ihn umbringen? Ja, ihn und seine Frau. Er hat dafür 50.000 belgische Francs und die Waffe geboten. Wann haben Sie das gehört? Ich saß bei Dutroux im Auto. Da hat er es mir gesagt. Als auch Fabienne Jopin bedroht wird, bittet sie vergeblich um Polizeischutz. Sie glaubt, wichtige Unterlagen ihres Mannes entdeckt zu haben. Kurz danach findet ihr Sohn sie tot im Schlafzimmer. Halb verbrannt neben ihrem Bett. Die Matratze wurde mit Methanol überschüttet. Die Justiz geht von Selbstmord oder Unfall aus. Wissen Sie, jemand, der sich umbringen will, lässt nicht die Waschmaschine laufen. Setzt nicht Kartoffeln mit Salz zum Kochen auf. Auch ein Unfall ist unwahrscheinlich. Auf den Polizeifotos vom Tatort, die wir einsehen konnten, stand die leere Methanolflasche zugeschraubt auf dem Nachttisch. Sie war keine Spinnerin. Sie wusste ganz genau, was sie tat. Sie war auch nicht verrückt. Sie wusste nur nicht mehr, wem sie noch vertrauen konnte. Wir besuchen Zeugin X1. Als die Dutroux-Affäre beginnt, meldet sich Regina Luff, verheiratet, vier Kinder, Besitzerin einer Hundepension, als anonyme Zeugin beim Untersuchungsrichter und bekommt das Aktenzeichen X1. Während der tagelangen Verhöre erzählt sie von grauenvollen Erlebnissen über reiche und mächtige Männer, die bei Sexfäten junge Mädchen vergewaltigen, foltern und manchmal töten. Die Ermittler überprüfen einige ihrer Aussagen und meinen, es gäbe genügend Grund, sie ernst zu nehmen. Ihre Aussage, Dutroux sei Zulieferer und Michel Nihoul der Organisator eines Kinderpornorings gewesen. Ich kannte Nihoul Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Er hat sich kaum verändert. Sein Äußeres ist gleich geblieben. Ich erkannte ihn dann auch sofort als einen der Zuhälter, die Kinder missbrauchten und für Sexpartys ausbildeten. Der zwielichtige, aber einflussreiche Geschäftsmann Michel Nihoul ist der einzige Angeklagte im Dutroux-Prozess, der bis zum Urteil frei herumlaufen darf. Ich bin dieser Frau nie begegnet. Ich sage Frau, weil sie mittlerweile verheiratet sein soll und Kinder hat. Außerdem spricht sie kein Wort Französisch. Und ich kein Wort Niederländisch. Sie werden vielleicht sagen, dass man die Sprache nicht sprechen muss, um jemanden zu vergewaltigen. Aber wenn man an Gruppensex teilnimmt, spricht man doch die Sprache derer, die das organisieren. Es gibt eine Sache, um die er nicht mehr herumkommt. Er hat Gruppensex gehabt, ganz klar. Ich sage, dass er auch mit Minderjährigen Gruppensex hatte. Es wäre natürlich besonders dumm von ihm, wenn er das jetzt zugeben würde. Diese Frau gehört in eine psychiatrische Einrichtung. Sie wurde auf Bitte der Justiz von einem Team der Universität Löwen untersucht, unter Vorsitz des Professors Igott, der einen guten Ruf auf diesem Gebiet hat. Diese Experten haben bestätigt, dass Regina Louv ohne jeden Zweifel in ihrer Kindheit massivem sexuellen Missbrauch ausgesetzt war. Professor Igott präzisiert, dass es sich lohnt, zu untersuchen, was sie erzählt. Davon sind sie alle überzeugt. Und wenn das, was sie sagt, auch nicht als juristischer Beweis genutzt werden kann, sollte trotzdem aufgrund ihrer Aussagen ermittelt werden. Dennoch beschließt die belgische Justiz, die Aussagen von Regina Louv, Zeugin X1, nicht weiter zu untersuchen. Sie wird für unzurechnungsfähig erklärt. Die Akte geschlossen. Eine weitere Zeugin stirbt, als sie nachts auf dem Weg nach Hause mit 80 Stundenkilometern gegen die Brückenrampe kracht. Ein Unfall, sagt der Gerichtsexperte. Gina Pardanz ist Sozialarbeiterin und betreut Opfer eines Kinderporno-Rings. Einige Tage vor dem Unfall schreibt sie einen Brief. Sie habe im Zusammenhang mit ihrer Arbeit Todesdrohungen bekommen. Sie fürchte um ihr Leben. Der Polizei meldet sie. Man habe ihr mit einem Autounfall gedroht. In dieser Zeit wird Gina regelmäßig mit dem Tod bedroht. Sie wird beobachtet und verfolgt. Wir stellten auch merkwürdige Probleme an ihrem Telefon fest. Im Zug wurde sie von einem Mann angesprochen, der ihr sagte, dass sie besser mit ihrer Arbeit aufhören sollte. Sonst würde sie nicht mehr lange leben. Sie wurde zu oft bedroht, als dass so ein blöder Autounfall noch einigermaßen glaubwürdig wäre. Für mich ist das ausgeschlossen. Ich glaube, dass böse Absicht im Spiel war. Dass sie umgebracht wurde? Ich glaube, sie wurde ermordet. Vor ihrem Tod erzählte sie Freunden von einem Videoband, auf dem ein Mädchen bei einer Sexfete umgebracht wird. Sie glaubte, einen der Täter erkannt zu haben. Es sah ein Bekannter von Nioul. Zurück nach Charleroi, das Revier von Marc Dutroux. Am Stadtrand wohnt Frau Delain. Auch ihr Sohn, Jean-Paul Tamignot, wurde umgebracht. Das ist nicht sein Zimmer, als er erwachsen war. Das ist sein Teenager-Zimmer, aus der Zeit, bevor all das passierte, nachdem er seinen Wehrdienst geleistet hatte. Jean-Paul Tamignot verschwindet, kurz nachdem er einem Freund erzählt hat, dass er wichtige Informationen erhalten habe. Dieser Freund, der ihn am Tag vor seinem Verschwinden noch gesehen hat, ist einige Wochen später zu mir gekommen. Er sagte, für mich ist er nicht tot, er versteckt sich. Er hat Angst für irgendetwas. Die Polizei macht ihm Schwierigkeiten. Er hat Angst. Ich will mich kurz fassen. Wenn es keinen privaten Grund gab, dann wurde mein Sohn von denen umgebracht, die Dutroux schützen wollten. In diesem Hinterhof mietete Jean-Paul Tamignot eine Garage. Den Hangar gegenüber nutzte Dutroux für seine illegalen Geschäfte. Fast ein Jahr nach dem Verschwinden fischt ein Angler einen Fuß aus dem Kanal. Es ist der Fuß von Jean-Paul Tamignot. Seine Leiche hat man nie gefunden. Der 28-jährige François Reiskens soll als Zeuge aussagen. Die Gendarmerie will von ihm hören, was er über das verschwundene Mädchen Melissa weiß. Das Verhör findet nie statt. Bahnarbeiter finden seine Leiche neben den Gleisen. Er wurde von einem Zug überfahren. Eines Tages hat er mich auf der Straße angesprochen. Er wollte mit mir reden. Es war etwas Schlimmes passiert. Ich sagte, schlimm oder nicht schlimm, du kannst es mir sagen. Komm zu mir, setz dich, und ich werde dir zuhören. Ich will versuchen, mich genau zu erinnern. Er sagte, ich möchte mit dir über das Mädchen Melissa sprechen. François Reiskens Vater hatte eine eher problematische Beziehung zu seinem Sohn, der zur Drogenszene gehörte und den kriminellen Kreisen zu Hause war. Wie konnte François Informationen über Melissa haben, noch bevor die Öffentlichkeit von der Affäre Dutroux wusste? Ich habe nachher zu meinen Freunden gesagt, es sind nicht Leute wie wir, aus unserem Milieu, aus unseren Kreisen, die in einem solchen Fall an Informationen herankommen. Das konnte nur einer wie François sein. An dem Tag, als die Anhörung von François Reiskens angesetzt war, kamen Gendarmen zu uns ins Haus und sagten, dass sie nicht stattfinden konnte, dass François Reiskens am Morgen unter einen Zug geraten war. War es wirklich ein Unfall? Ich weiß nicht. Und so wird man wohl niemals erfahren, was François Reiskens genau gesehen hatte. Drei Monate nach der Verhaftung von Dutroux wird der Nachtclub und Bordellbesitzer Michel Pirot nachts kaltblütig auf einem Parkplatz erschossen. Michel Pirot kennt sich bestens aus in der Unterwelt und im Prostitutionsmilieu von Charles Roy. Kurz vor seinem Tod nimmt er Kontakt auf zu den Familien der ermordeten Mädchen Julie und Melissa. Er bittet sie um ein Treffen. Michel wollte einen Abend organisieren und dabei einiges enthüllen. Worum es genau ging, kann ich nicht sagen. Wir wissen es nicht, weil er vorher umgebracht wurde. Wir fahren nach Mons im Süden Belgiens, um uns mit Guy Poncelet zu treffen. Sein Sohn Simon war Polizist und ermittelte im Autoschieber-Milieu rund um Dutroux. Er wurde während des Nachtdienstes in seinem Büro erschossen. Der Mord ist bis heute ungeklärt. Vater Poncelet ist ein ehemaliger Oberstaatsanwalt. Seit dem Tod seines Sohnes ist die Aufklärung der Dutroux-Affäre sein Lebensziel. Und er macht sich Sorgen. Nicht nur sind viele Zeugen unter fragwürdigen Umständen gestorben, manche Zeugen sind alt geworden, wie ich. Und das Gedächtnis lässt nach. Was zunächst ganz klar war, 15 Tage oder 3 Monate nach dem Geschehen, ist es 8 Jahre später nicht mehr. Man fängt an zu zweifeln. Das ist der Nachteil, wenn ein Prozess erst so spät nach dem Geschehen stattfindet. Wie die Zeit gegen die Wahrheitsfindung arbeitet, zeigt sich auch am Beispiel einer anderen wichtigen Zeugin. Frau Enrot ist möglicherweise die einzige Person, die gesehen hat, wie Julie und Melissa hier entführt wurden. Aus einem Interview von vor 6 Jahren. Es war ein dunkles Auto mit 4 Türen. Und dann? Nichts, das Auto war dort und die Mädchen sind eingestiegen. Was hat er gemacht? Nichts, er hat ganz einfach die Tür aufgemacht und die Mädchen sind hinten eingestiegen und er ist losgefahren. Obwohl sie noch immer auf der Zeugenliste im Dutroux-Prozess steht, konnte Frau Enrot nicht mehr vor Gericht befragt werden. Die 86-Jährige lebt heute in einem Pflegeheim. Sie leidet unter Altersdemenz. Eine ganze Reihe weiterer Zeugen konnte nicht aussagen, weil sie nicht mehr leben. Nadege Renard, Alexandre Gosselin, Michel Binot, Christophe Grégoire, Joseph Toussaint, Gregory Antipin, Henriette Pürs, Klaus Baer, Jean-Jacques Ferrand, Pierre-Paul de Reike, Sandra Kleis, Virginie Binot, Gérard Vanès, Philippe Deleuze. Mussten sie sterben, weil sie zu viel wussten? Welche Informationen nahmen sie mit ins Grab? Was wussten sie über diesen Mann, Marc Dutroux, der heute vor Gericht steht? Noch beraten die Geschworenen über Schuld oder Freispruch. In den drei Prozessmonaten haben sie jedoch kaum Antworten bekommen auf die wesentlichsten Fragen. Wer hat Julie und Melissa entführt und was ist mit ihnen passiert? Wie sind Anne und Evie umgekommen? Warum wurden Sabine und Laetitia entführt? In Arlon warten vier Angeklagte auf das Urteil. Der Geschäftsmann Michel Nihul, der Komplize Michel Le Lievre, die Ex-Frau Michel Martin und natürlich Marc Dutroux selbst. Nur diese vier wissen, was wirklich geschehen ist. Ich habe keine Worte für meine Gefühle. Es war immerhin meine Tochter, die mit ihrem Leben bezahlen musste. Ein kleines Mädchen von acht Jahren. In unserem Fall werden wir uns an den Gedanken gewöhnen müssen, dass man die Wahrheit über unsere Töchter wohl niemals erfahren wird. Die Justiz wird uns die Antwort nicht liefern und wir werden uns damit abfinden müssen. von dieser Sache. Ja. Das war's für heute.